Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video zu EvoLand 2 und ähm, ja, ich hab's schon wieder vermasselt und zwar beim nächsten Endgegner. Jetzt hab ich's mir gedacht, äh, vielleicht macht das das einfacher, wenn ich das so tue. Ich habe die dicken Button nicht mehr da. Eigentlich wollte ich das, will ich das jetzt nur wegen dieses hier machen, weil ich halt mit der Steuerung nicht gerade, ähm, ne, so erfolgreich bin, sag mal. Ja, okay, das wird so nischt, dafür werde ich hier bezahlen, okay. Weil jetzt kann ich hier nicht, ähm, ich hab einfach die Bluetooth-Tastatur mit angeschlossen und jetzt, äh, probier ich das halt so nochmal. So, vielleicht läuft das ja so schneller, oder besser einfach, weil ich halt so besser steuern kann, na, links, rechts, hoch und runter. Weil das ist nämlich eigentlich das, was, ähm, wichtig ist, diese Steuerung, diese Plus-Steuerung. Und die kriegst du halt mit dem Touch-Screen halt nicht so gut hin. So. Ne, und. Ja, dit probier ich jetzt so. Zumindest bis ich den hier, äh, erliegt habe. Erliegt. Sehr kein wildes Tier, oder doch eigentlich schon. Oh, ah! Au! Hä? Hat, ach so, der, jene Bombe hat die andere Bombe gekillt, mitgekillt. So. Na komm, hoch. So. Und, äh, ja, so krieg ich das halt besser hin mit WASD. Ich könnte auch mit File-Tasten hier spielen, aber, ähm, ja. Und mit die, äh, rechte Shift-Taste kann ich denn, ja, diesen hier machen. Ich weiß nicht, wie es ist, sollte ich ein Jump'n'Run-Spiel und so, weißt du? Diese Slide, äh, wie heißt das? Side-Scroller, oder wie die heißen? Ich glaube, so heißt das Spiele-Genre, ne? Naja. Aber, will ich eigentlich nicht. Ich hab nämlich dieses ganze Game angefangen. Äh, oh, ah, fuck. Ich hab das Spiel eigentlich ein, angefangen mit, äh, das Touchscreen. Wolltet eigentlich genau so auch beenden. Aber hier ist ja eigentlich fast nicht mehr möglich gewesen. Boah, Alter, wie viel jetzt? Hab ich den gekriegt? Tatsache. Wer seid ihr? Ihr seid keiner dieser schwächlichen Menschen. Ich werde hier nicht sterben. Ich muss meinen Prinzen doch noch dazu, was verhelfen, seinen Durst nach Rache zu stillen. Welche Rache denn schon wieder? Okay, der haut schon wieder ab. Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder. Gut, so weit, so gut. Die ganze Sache hier stürzt nicht ein. Und rein zufällig kriegen wir jetzt, äh, ein, ähm, ja, eine Treppe nach oben. Ey, die ganzen Herzen, die er hier hatte, ne? ... ...gefunden! Bobben! Jetzt braucht ihr nur noch, ähm, ein Boomerang, damit eure Abenteuerrüstung komplett ist. Ah, siehste? Gespoilert. Es gibt tatsächlich wahrscheinlich später mal ein Boomerang. Jetzt wahrscheinlich... ... ...au. Das war ja dämlich. Aber wir haben Herz bekommen. So, schnell weg. Müssen wir jetzt hier alles kaputt machen? Oder wie soll das jetzt... Ah, ich glaube, ich weiß... Pass auf, da unten ist doch eine kaputte Wand gewesen. Habe ich doch schon mal festgestellt, ne? Dass die Wand da unten kaputt ist. Und, ähm... Ja, die kann ich doch jetzt... Sprengen, oder was? Und dann komme ich doch da weiter, oder nicht? Na, da hätte ich jetzt... Da schön mittig reinpacken können. Aber dann gut. Ich mach die mal hier alle kaputt. Vielleicht ergibt das Sinn, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. So. Aua. Oh, da war ich tatsächlich noch im Sprengbereich. So. Wo jetzt nicht mehr? So, gut. Zack. Wollte gerade sagen, trifft er mich trotzdem. Wenn das mein Kopf ist. So, gut. Dann haben wir das. Da ist noch ein Herz. Das nehme ich natürlich mit. Ja, und dann... Spreng ich mal da hinten das Ding, da. Hier, die Wand. Weil das muss ja irgendwie... Keine Ahnung. Geht ja nicht mal. Was? Kann ich das Herz damit sprengen? Nö. Kann ich irgendeine Dämonen damit besiegen? Nee, ne? Also das sind ja liebe Dämonen, ne? Das sind ja nicht die Bösen. Ich glaube, ich muss da oben einfach weiter. Ab in die Lore. Und, ja, weiter. Nee, wir können hier gar nicht interagieren. Das Einzige, was wir hier machen, das... Ah, gut. Okay. Kann ich wieder raus rücken? Ja. Okay, hier können wir einmal speichern, ne? Gucken wir mal, wo wir hier landen. Ich versuch mal alles in die Luft zu jagen, was geht. Oh, eine Ratte. Es muss ja einen Grund geben, warum hier einen Speicherpunkt gibt, oder? Soll ich die jetzt... Soll ich die Ratten... Ja, Tatsache. Soll ich die Ratten jetzt alle mit die Bomben zerstören? Oder kann ich auch das Schwert nehmen? Weiß gar nicht, ob ich zum Schwert zurückwechseln kann. Achso, und übrigens, äh, ich spiel jetzt wieder mit Dings, ne? Also, äh, war tatsächlich nur wegen dieser Scheiße, weil... Wegen der Steuerung. Es ist halt nicht immer einfach hier mit so einem... Als wenn man einen Joystick so in der Hand hat vom, äh, Gamepad. Geht halt auch nicht immer. Huch. Au. Oh, was hat mir für eine Reichweite, sag mal. Hä, das hat die Ratte getroffen? Kann doch nicht sein. Die war da oben links in der Ecke. Äh, oben rechts in der Ecke. Komm hier. Für dich. Weak. So. Aber warum soll ich die Ratten zerstören? Das ist ja gemein. Die haben hier überhaupt nichts getan, oder? Aber genau so könnt ihr euch Bomberman vorstellen. Wer Bomberman nicht kennt. Ist auch schon alte Spiel, ne? Hopp. Quik. So, haben wir das, haben wir das. Gut. Alles klar. Äh, irgendwo kommen wir hier weiter. Ach so, wir sollen die Gleisen freiraum, denke ich mal. Damit wir hier überhaupt... ...weiterfahren können. Ach, hier ist auch noch was. Wir kommen hier nicht weiter, oder? Hä? Wir müssen wahrscheinlich da oben rein. Aber... ...die Frage ist... Wo kriegen wir jetzt eine Lore her? Nein! Fuck. Ich hab mich hier gerade... ...selbst eingesperrt. Oh nein, bin ich. Also manchmal, ne? Au. Okay. Jetzt komm ich hier nicht weiter. Kann ich den da rüber geschoben? Ne, auch nicht. Büh. Okay, kann ich also noch einsteigen, oder? Also zurückfahren. Ne, geht gar nicht mehr. Aber ich hätte gerne die Lore noch mitgenommen. Ja, wie komm ich denn hier hoch? Also hier oben weiter. Ich muss doch hier rein, oder nicht? Machen wir ein Tor auf hier, Digga. Aua. Hätte mich fast getroffen. Hm. Hm, hm, hm. Mehr ist hier nicht. Was können wir hier sonst noch machen? Kann ich die Waffe wechseln? Kann ich das irgendwie? Ich weiß gar nicht. Ich hab jetzt aktuell nur Bomben. Nicht mal das Schwert, oder so. Oder soll ich alle wegmachen? Ne, ne? Hört sich jetzt auch irgendwie anders an. Oh, das war dämlich. Weg. Erz. Hier ein Himmel. Na, die Kisten kriegen wir auch nicht weg, ne? Steine können die Bomben zerstören, aber Kisten nicht, ne? Holzkisten. Holzkisten ist doch zu krass. Ja, ja. Es muss aber hier irgendwo weitergehen. Wie sah der Boden so seltsam aus? Ob hier irgendwas... Ne, auch nicht. Ja, nun? Was machen wir jetzt? Lasst mich rein, ihr Kind, der... Ne, so kommen wir nicht weiter. Wahrscheinlich müssen wir den Wagen hier irgendwie... ...bewegen. Den kriegen wir aber nicht bewegt, ne? Den habe ich schon ein paar Mal versucht, ne? Aber irgendwie geht das immer nicht. Ich sehe es einfach nicht. Wahrscheinlich spiele ich wieder viel zu lange. Und irgendwann ist dann die Luft raus. Dann hat man keine Ideen mehr, wie man hier weiterkommen könnte. Die Kristalle wären nice. Ja, schön, aber Spitzhacke. Mach das Tor auf. Ich komme hier auch nicht... Doch. Ne, irgendwie wollte ich den da oben, du. Aber Moment. Jetzt, wo ich Bomben habe, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich das halt schon mit Wechsel. Aber warum war ich denn da oben jetzt alles freigeräumt? Wenn ich da gar nicht weiterkomme? Boah, das war aber knapp. Ich will weiter. Oder soll ich die... Was war denn das? Ich war doch hier oben. Oder soll ich die Gleisen verändern? Gibt es hier vielleicht... ...bauteile, die ich hier irgendwo hinpacken könnte? Sollte ich hier nicht eigentlich auf so einen Schmied rumrennen? Da rein. Ja, kann ich nicht noch so oft versuchen. Ah, ich habe eine Idee. Pass auf. Ähm. War nur eine Idee. Idee. Vielleicht diese Kisten. Auch nicht. Vielleicht dieses Magmagestein hier. Warte, gleich. Kleinen Moment. Nee. Sie auf jeden Fall nicht. Aber sie kann ja Eis. Und dadurch, dass das glüht, müsste das doch eigentlich... ...abgekühlt werden können. Auch nicht. Da bloß ich komm... Nee. Wollte sagen, ich komm hier weiter. Aber... Nö. Sah nur so aus. Schade. Also... Ähm. Wollte ich denn die... Ähm. Gut. Nee. Oder nicht gut eigentlich. Wollte ich denn das mal ab, Mann. Was soll denn das? Hier muss man doch weiterkommen. Brrr. Kann ich die mitnehmen? Ich will die mitnehmen. Ich kann nur von Anna B. Rennen. Äh. Ich hab irgendwas übersehen. Ich weiß nur nicht was. Soll ich einer der... Äh. Der... Freunde hier fragen? Boot weitergeht? Was ist das hier überhaupt? Oder zwei hinpacken? Oder zwei hinpacken? Auch nicht. Alles sieht so rissig aus. Da muss man doch durchkommen, meine Fresse. Die sind hier schon jahrelang am Hacken. Und er will immer noch zocken. Okay. Die sind hier schon jahrelang am... Spitzhacken. Und kommen immer noch nicht weiter. Und kommen immer noch nicht weiter. Da frage ich mich, was hatten die da überhaupt? Wo könnte ich jetzt mit der Bombe weiterkommen? Ich probiere es mal bei der Brücke. Vielleicht kommen wir da nämlich irgendwie rüber. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr. Ähm. Lichtung? Auch nicht, ne? Vielleicht kriegen wir die... Äh. Ja, die Felsen da irgendwie weggesprengt. Ich weiß es nicht. Wir können es nur versuchen. Mehr geht nicht. Hier haben wir das Schwert wieder in der Hand. Hä? Also ist das, ähm... Umgebungsbedingt, was man... Oder wie man hier weiterkommt, oder was? Oder kriege ich jetzt eine neue Antwort? Äh. Also andere Dialoge, wenn ich... Hallo. Andere Dialoge, wenn ich, ähm... Wenn ich... Wenn ich jetzt mit denen rede. Kann es nämlich sein? Ich probiere es mal. Ne, sind wir dasselbe. Oh. Sorry. Ich habe dir was hingelegt. Äh. Ja, gut. Ich will nur mit dir reden. Was soll das? Mit etwas Glück falle ich bald in einen Felsstoß zum Opfer. Mit Glück hat das nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich habe zu tun. Das macht er automatisch aus Versehen. Ich will einfach nur weiter drücken und denn... Die meisten meiner Freunde haben bei der Arbeit in diesem Bergwerk ihr Leben gelassen. Oh, schade. Er war außen rum. Ich glaube nicht an Schicksal. Und du? Ich glaube nicht an Schicksal. Und doch frage ich oft, äh, mir oft, was wir getan haben. Und das... Ja, frage ich mich auch oft. Einige Stimmen behaupten, dass ein Mitglied der Königsfamilie von Dämonien überlebt haben soll. Glaubt ihr, dass dieser königliche Dämon eines Tages kommen wird, um uns zu retten? Ich glaube ja. Möglich ist alles. Okay, hier kommen wir tatsächlich nicht weiter. Wenn ja, weiß ich nicht wie. Ich kann ja nochmal da hochgehen. Und gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Guck mal, hier sind die ganzen Dinger noch da. Die ganzen Steine sind wieder da. Und die können die alle wieder wegsprengen, aber macht... Ja. Bringt uns natürlich auch nicht weiter. Die Ratten sind auch wieder da. Hä? Der hier, war der vorher auch schon da? Die Lore hier, war der vorher schon da? Nee, ne? Huch. Da mal... Oh. Die Ratte nicht getroffen. Oh, schon wieder nicht. Boom. Jawohl. Na ja, wohl ist jetzt leicht übertrieben. Es ist traurig, so etwas. Und da. Boom. Einmal hier hoch. Bombe. Boom. Oh, gleich beide weg. Weg, 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 weg. Scheiße. Ah. So. Oh, ein Erfahrungspunkt. Welch seltener Anblick. Okay. Dann kommen wir jetzt mit... Doch mit der Lore hier weiter, ne? Hä? Die war aber vorher nicht. Das... Ich schwüre. Oder... Hä? Hä? Hier war bloß die... Kohle-Lore. Was? Komm rein hier. Huiiii. Oha. Halt, stopp. Nein, zurück. Kann ich nicht zwischendurch aussteigen? Nö, so wie das aussieht nicht. Ich muss, glaube ich, mit der anderen Lore hier weiter. Damit ich da so anhalten kann. Von rechts so zur Seite drin. Wegen der Truhe. Okay. Gut. Weiß ich Bescheid. Ja, aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge. Deswegen verabschiede ich mich hier. Ja, dann können wir mal gucken. Hier ein paar Rassen wegsprengen und Felsen. Und hier ist ein Hebel. Die müssen wir auch noch betätigen. Vielleicht eine Weiche umstellen oder so. Mal schauen, wo wir da noch landen. Ah, ich glaube, ich sehe schon. Okay. Trotzdem. Schönen Dank für's Zusehen. Und ja. Danke fürs Kommentieren, Liken und... Ja. Ein Abo wäre auch ganz freundlich von euch. Dann... Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.